dann hier wieder diesen normalen stein so dann gehe ich mal ein wenig glas holen dann verglasen wir den ganzen kram weiß gar nicht wie viel glas ich überhaupt noch habe hatte ich noch glas draußen noch glas da ist nichts ist auch nichts da ist auch nichts ich glaube ich hatte unten noch ein bisschen glas irgendwo hatte ich noch was gar nicht ja 44 ob da kein besser noch ein paar bei brennen noch irgendwo glas irgendwo mehr als ich da wo alles an glas was ich habe das war erst mal da rein aber die können wir ja schon mal verbauen ist da fertig ist eigentlich könnte ich mir mit dem manipulator auch den kram kopieren aber so viel glas brauche ich ja auch nicht da sind schon ein paar 12 stück für ein fenster da war ich verstehe da nicht normalerweise also wenn ich nicht aufnehmen habe ich ja die 200 frames ich kann das jetzt so wenig werden verstehe ich nicht aber ich glaube ich werde doch mal ein paar kopieren weil er dauert mir doch zu lange ich habe mir doch mal zwei drei stecks mit ich habe mal einen wieder rein und fertig laden wir mal wieder zurück und dann verglasen wir der Kram die ganzen Überbleibsel sollte erst da hinten weitermachen würde ich mal so sagen ich glaube ich weiß was das ist warum das gezogen ist ich habe hier auch schön gestellt machen wir das mal wieder auf schnell das bringt auch gar nichts toll naja ist echt seltsam jetzt habe ich eine neue Grafikkarte und auch wieder so wenig Frames ich habe nichts großartig verstellt Minecraft ist in der Hinsicht echt seltsam normalerweise müsste ich mehr Frames haben ich habe aber weniger wenn da das eh nichts ausmacht kann ich genauso gut wieder auf schön stellen sicht weitermachen runter also normal ich werde immer wieder auf 250 stellen genau noch normal lassen und sonst ist ja eigentlich alles normal ich hoffe er kackt nicht ab ja ich würde sagen bilinear ist nix da scheint wohl jemand nicht richtig zu sein komm mach mach hin ja so ist schön kannst die Grafik wieder zurücksetzen ja wie ich aus hier weg frisches rattenfleisch ja würdest du vielleicht mal die Grafik wieder ein bisschen mehr anpassen und ich muss ins Bett wenn ich die Spinne gekillt habe da war auch aber recht lange um die Grafik wieder hier herzustellen das sieht aus hat der hier gemacht jungen 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 aber schlägt man einmal was um und ich habe mal ganz andere Texturen was ist das für ein blödsinn zu 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 ist immer noch alles so hallo jetzt muss ich hier erst hinlaufen damit ihr da wieder original macht oder wie anscheinend super aber ich kann eigentlich auch hier durch weil da wollte ich eh mal einen Durchgang machen so oder hier denn jungen 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 ach der Baum ist auch noch auch noch kaputt ja röder ratte ja der Rest der wird auch schon wieder ich habe es keinen Bock hier überall hin zu laufen boah ich da fertig mit dem Glas eine Seite hatte ich doch fertig oder ja die war fertig dann noch die Seite bei der saugen sommer gar nicht fertig meine fresse der hier gemacht auch so war interessant da habe ich dann gleich besser einmal raus gehen aus dem spiel und dann wieder rein weil das sieht ja nicht aus so das hätten wir einfach schmeißt heißer Glas weg dann können wir hier schon mal den Boden ein bisschen ausheben ich tue erstmal die Steine wegpacken also den ganzen Kram den ich vielleicht nochmal brauchen werde für irgendwas zum Beispiel die normalen Steine für den Boden ja die lassen wir mal da drin die tun wir auch mal da hin ja dann ackern wir mal hier so ein bisschen den Grund ab das wird auch ein Weilchen dauern glaube ich das wird auch ein Weilchen dauern glaube ich ich will gleich auch wieder so eine Sache sein die ich dann offline zu Ende mache also den ganzen Boden hier rausholen und neue Steine reinsetzen ich denke mal das es doch ein Weilchen dauern wird aber budeln wir erstmal da haben wir hier auch schon mal direkt zum Weg frei die Frage was schneller geht ob ich jetzt einfach rundherum laufen mit Abholz oder ob ich direkt die ganze Fläche in Eimer so wegraspe also und 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 Das ist ja was. Tja, solltet ihr noch irgendwelche Ideen vielleicht haben, wie ich dann das Lagerhaus baue, dann mach ran damit. In den Kommentaren ist genug Platz, also ihr dürft ruhig schreiben. Und die Idee von Mr. Alkoholik, die werde ich auch noch umsetzen. So eine Dachterrasse da hinten dran bauen. Das kann man jetzt gar nicht sehen. Da hinten so, da habe ich eigentlich auch schon irgendwo so eine Löckskirche gemacht. Und da hat so eine Dachterrasse nach außen bauen. Hatte ich ja eigentlich sowieso vor. So, sollte eigentlich auch mal hingehen, das Haus mal ein bisschen von innen noch einrichten. Na, das werde ich auch noch machen. Wenn ich denn den Boden hier fertig habe. Tja, ich denke, da werde ich jetzt die Aufnahme auch beenden. Ich sage da mal bis morgen. Und dann wird das hier alles weg sein und wahrscheinlich schon mit normalen Steinen ausgelegt. Oder angefangen wäre möglich. Nicht damit viel Zeit ich halt habe. Also, einen schönen Tag noch und bis morgen. Tschüss.